Wir reparieren Ihr Handy in unserer lizenzierten und autorisierten Werkstatt. Reparaturen sind ohne Termin in nur 60 Minuten möglich. Wir verwenden nur Originalteile. Außerdem bieten wir Express-Service und Handy-Rücksendung auch als kostenloser Versand über unseren Logistikpartner UPS als versichertes Paket. Kommen Sie einfach vorbei und nutzen Sie unsere kostenlose Vorortberatung. Untertitelung des ZDF, 2020